Ja moin moin Neue Folge Shellshock 2 Wir sind in der letzten Folge Wir sind in der letzten Folge in die Kanalisation runter Ich kann hier nicht schiessen Hier rein Junge Draussen ist die Hölle los Ich kann es hören Was man mit dem Herz schlagen Das ist komisch Es hat irgendwie so nichts zu sammeln Wir haben Gas Wir sind Sanitäter Krass Oh Ich hoffe wir bekommen einen Charlie 12 Uhr Nein Ich hänge fest Ich sterbe Ich sterbe Ich soll rausrennen Sorry Sorry Bis jetzt hat es irgendwie Neues gemacht Was mir kostet hat Aber ich möchte gerne die Handrennen mitnehmen Das ist mir eng Also zuerst die Wir haben Gas Sanitäter Ich schalte ihm wieder die Spiele ab Ich weiss nicht Ob das ihre Aufnahme ist Ja wieder kann ich fest Rein da Sie sind drin Max Scheisse Scheisse Aus hier Nichts will Aus hier Ah ja wir können die Türen erschießen Oh Oh Fuck Halten Sie auf Charlie kommt über die Mauern Das ist ja wie auf dem Schießstand Das ist ja wie auf dem Schießstand Schauen Sie euch Das kann man nicht machen Das kann man nicht machen Das kann man aufhelfen So What you mean Ich bin Ich bin jeder Mann! Gott, Alter, Charlie! Ich bin keine Fehler gesteuret, aber zum Glück explodiert alles, was ich in Deckung gehöre. «Find me being home!» «Ich muss noch mehr in den Kopf treffen, aber das ist echt schwierig.» «Uh!» «Das ist eine performante Steuerung, Alter!» «Was machst du zusammen?» «Knall sie ab!» «Nochmal!» «Wo?» «Ah, ich habe die.» «Kommande, die kommen doch verändern, nämlich.» «Ich sehe so sehr schlechte Gegner.» «Dur muss nur einer sein.» «I kill you!» «Oh!» «Oh!» «Bis ist der Schnelle!» «Das ist ja gar nicht ein Kollege.» «Ich bin Trank. Sind Sie Walker?» «Ich bin Walker.» «Ich helfe Ihnen. Sind Sie Walker?» «Ich bin Walker.» «Walker, Sie müssen mitkommen. Helfen Sie uns. Sagen Sie uns, wo wir White Knight finden können.» «Banji-Sou.» «Schnappt ihn!» «Hi, Herr Schätzchen!» «Hast du genug Cowboy gespielt?» «Kommisch.» «Han ich nicht verstanden.» «Ich denke, Sie sind von White Knight.» «Kommisch.» «Ich denke, Sie sind von White Knight.» «Herr, Herr Schatz.» «Germere es so weiter weiter oder weiter.» Hey, Soldat! Feuer einstellen, der gehört zu uns. Was? Was ist denn mit seinen Augen los? Oh, nee. Sehr schön, dass du da bist, Blödmann. Da war ein Kerl, eine Straßensperre, eine Brücke. Verdammtes, beschissenes Südseeparadies. Dir ist wohl ein Moskito in die Dase geflogen und hat dir das Blut aus dem Hirn gesaugt. Sir, Sie müssen umkehren. Wir haben eine Quarantänezone einge... Hey, Arschloch. Ich bin Griffin. Na, hat's jetzt geklingelt? Schon mal was von White Knight gehört? Sir, ich muss Sie warnen. Uns liegen Berichte über mehrere Zwischenfälle. Na, das trifft sich doch gut. Ich habe eine Schwäche für Zwischenfälle. Aaaaaah! Ich habe jetzt die drei Retter umgebracht. Deckung! Das ist eine komische Story, wie das erzählt wird. Und wie komme ich dann zu ihm auf Vertrag? Wenn wir hierbleiben, sind wir erledigt. Ich besorg uns ein Taxi. Das ist hier kein verdammter Sonntagsausflug. Das ist ein Schicksal. Bei uns ist es eine super Knie. Ich habe das Gefühl, dass ich hier aufgeschraubt habe. Aber woher kommt er denn? Soll ich mich hier aufgeregt haben? Ich habe eine Machete... Oh, ich habe eine Machete. Oh, ich habe eine Machete! Oh, ich habe eine Machete. Oh, ich habe eine Machete. Warum habe ich so ein verschwommenes Bild, dass sie schlafen mit mir? Das ist ja nichts. Das Bild ist so verschwommen, bin ich irgendwie krank? Oder ist das so ein tiefer Schärfiges Bild? Ich sehe da nichts. Jetzt sehe ich ihn. Ich muss wirklich auf das Mündungsfeuerblut. Ich sehe ihn gar nicht. Warum gibt es da nicht? Hier muss irgendwo rechts noch drin sein, aber ich sehe ihn nicht. Hier ist auch noch einer. Ich denke, das ist sauber. Hier ist er. Ich glaube, ich kann nicht durchsachen. Ich bin mir nicht sicher. Ich komme nicht durch. Oh, das ist schlauchig. Ich habe das Gefühl, hier rechts oben ist eine. Ich habe das Gefühl, hier rechts oben ist eine. Und hier ist noch einer. Ja, logisch. Hier ist er. Ah, shit. Ich hab im Nästen. Ich habe den Wettbewerb gemacht. Peine. Zeigen Sie sich! Bis ich den hier beginne anzielen kann. Du kommst halt so. Nicht zu früh. Ich sehe nichts. Es ist ein bisschen lustig, gegen mich zu finden in diesem Spiel. Das ist etwas cleverer hier mit dem Kolashnikov. Die müssen schiessen. Da ist ja einer. Zwei. Zwei. Drei. Shit. Das ist vielleicht etwas länger. Es steuert sich schlechter als ein PS1-Geld. Ich muss hier schnell schauen. Das sind also die anderen Gewehre. Ich hätte hier wahrscheinlich einen Spot gehabt. Ich kann mit einem Schuss so kippen. Ich glaube jetzt heimschiff. Ich kann da auch nichts raus. Das läuft drumherum wie wild. Jetzt stecken sie wieder viel mehr ein. Es sind uns die letzte Kugel im Film mehr gefallert. Jetzt kommt er wieder rum. Kai ist lustig. Jetzt rennt er irgendwie... ...über die ganze Map. Was macht der? Wow, klingt das so daneben? Oh, klingt das. Das ist so schnell wenn ich im Fass ankomme. Oh, was ist das so? Oh, was sind zu viele drankommen hier? Was nervt denn mit dem Rennen da? Open Schlauch Oh, da trifft gut da von da hinten Was ist da mit? Die Spawnen einfach von allen Seiten Aber nicht Immer noch nicht Ich frage dich am Ende los da hinten Oh Gott Was du da siehst Jetzt bin ich aber nicht von allen Seiten beschossen Ich habe in Hanoi eine Verabredung mit diesen kleinen Scheissern Du musst den Schach drauf Bleib auf keinen Fall stehen In der alten Kirche ist deine Kompanie Wir hatten rausgefunden wo Kerl war Am Rand der Quarantänezone Aber Trang hatte uns den Weg abgeschnitten Also ist Griffin losgezogen um ihn frontal anzugreifen Sie kommt aus allen Richtungen Sie kommt aus allen Richtungen Hört sie Was da noch freut es? Das wäre logisch Was da noch freut es? Oah Oh Ach Oh 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 Wo ist es nicht? Ah Der Can Wir müssen hier raus Ah 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 Jetzt habe ich den Mund auch voll. Ob es noch etwas gibt? Schade. Wo ist er jetzt hin? Hallo, mein Kollege. Wo bist du hin? Vielleicht nicht wieder zurück, ich bin doch von der Alpe gekommen. Ich bin doch der Alpe. Bezouw! Reaktion! Mach die Platte! Ich denke, das ist mal wieder so das Vietnamspiel. Ich fahre zu kurz. Länger und so. Ja. Scheiße, Javi! Was haben wir denn? Wo? Hier lang! Deckung, schnell! Nein! Scheiße, falsch genommen. Ich wollte rennen. Okay. Ob es irgendwie noch etwas aussieht. Vollsachen! Hilfen Sie uns, diese neue feindliche Bedürung auf uns zum Menden, bevor sie die Luft fassen kann! Sollte... Jetzt sind Sie allein! Geht nicht. Ich kann nicht schiessen. Ich muss zuerst laden. Oh. Warum laden Sie ihn nicht? Oh nein. Oh nein. Was ist denn der laden? Er hat so lange. Er hat nur zwei Schüsse. Oh, da ist einer hier. Nein. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Ich verstehe. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe ein Raketenwerfer! Ah! Scheiße! Und... ...killt mich noch, obwohl ich es geschafft habe. Aber es hat alles geschafft. Es fühlt sich komisch an das Spiel. Adi hoi. Es hört nicht aus. Es hört nicht aus. Schiesst was, was zurück ist? Wenn wir uns nicht kriegen, dann erwischen uns diese paar Rücken. Ah, hier hat sich Maschine gelöst. Hier oben kommt sicher ein Panzerfaust. Worum geht das jetzt? Den muss ich nicht mehr oder überhitzt. Super. Den muss ich nicht mehr. Den muss ich nicht mehr oder überhitzen. Ach, scheiße! Nein! Weg! Ich bin tot. Zum Teil musst du einfach gehen, sonst kürzt dich. Jetzt sind wir erledigt. Wenn du da jetzt rausgehst, bist du tot. Wenn sie hier reinkommen, töte ich uns alle, bevor die uns kriegen. Unten bleiben. Wenigstens sterben wir in einer Kirche. Keinen Ton! Vielleicht eine bessere Deckung. Ich würde sagen, hier ist nicht schlecht. Kuh bleiben, Kuh bleiben. Feuer frei! Scheisse! Scheisse! Wir werden uns töten. Ich schaffe das. Nicht bewegen! Jetzt können wir gar nicht mehr. Jetzt können wir gar nicht mehr. Jetzt können wir gar nicht mehr. Scheisse! Jetzt können wir voll drauf. Ja. Ja. Aber das ist auch noch geil. Wir wollen lieber, sie wären schwarz angelegt. Jetzt können wir wenigstens einschätzen. Wir sind alleine, oder? Die Kollegen sind tot. Ja. 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 Ja, sie sind dort oben. Ja. Ja, die sind in der Augen. Ja, sie sind für mich. Wenn man nicht in die Lage geht. Genau das ist ja so völlig zu altaft, warum. Das ist es ja gut. Ja, wie darauf setzt sich rein... Ja. Da oben ist einer, oder? Scheisse. Ich sehe ihn nicht. Irgendwas versucht reinzukommen, und zwar keine Vietkomm. Ich kenne den Vietkomm. Die versuchen nicht, die vor der Tür zu nehmen. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn gar nicht. Wir holen sie da raus. Over. Sie sind überall. Verdammter Mist. Hören Sie mich. Warum laufen Sie weg? Ah, da hinten. Da draussen muss noch was anderes sein. Was richtig Übles. Was zum Teufel war das? Sie sind hier! Bei dieser Kirche muss es ein Gewirr aus Gängen geben. Zombies. Das war wieder knapp. Aber ich glaube, das Faden ist richtig an jetzt. Mach doch was! Tschüss. Tschüss. Und während ich vor diesem Ding an der Tür geflohen bin, hätte ich beinahe versucht, ihn zu retten. Das ist beinahe. Das ist ja wirklich runtergejumpt.